Herzlich willkommen zur Talk24 am 20. September. Grüne Gesundheitspolitiker Dr. Janosch Dahmen will die Apotheken nach der Bundestagswahl stärken. Konkret will er die Finanzierungsgrundlage in den Blick nehmen und das Arbeitsumfeld der ApothekerInnen anpacken. Wir müssen dazu kommen, dass wir die Finanzierung der packungsabhängigen Vergütung so gestalten, dass wir nicht eine schleichende Zentralisierung erleben. Das vollständige Videointerview finden Sie auf apotheker.talk.de oder hier in unserem YouTube-Kanal. Der Corona-Impfstoff von BioNTech hat nach Angaben des Herstellers bei Kindern von 5 bis 11 Jahren eine gute Verträglichkeit gezeigt und eine stabile Immunantwort hervorgerufen. Die Daten der klinischen Studie sollen nun so schnell wie möglich der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Pharmakonzern MSD Sharp & Dome am Standort in Burgwedel besucht. Zuvor war Merkel schon bei BioNTech und Medici zu Gast. Sanofi hat eine neue Chefin für das OTC Deutschland-Geschäft. Theresa von Fugler übernimmt von Sven Langeckert, der das Unternehmen verlassen hat. Auch Stader hat einen neuen OTC Deutschland-Chef. Marc von Boven übernimmt die Verantwortung für den Bereich Consumer Health, den bis Juni Elko Ockers verantwortet hatte. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.